Episode 1 Iron from ice Forrester Lands und Kings Road also der Königsweg sind wir lang marschiert mit dem Schwert unseres Lords Äh, ja Use the WSD to move and Maul, okay Okay Ah, so kann ich mich umgucken Okay Okay, da ist Blut Da ist auch ein Schwein rumgelaufen Das ist nicht gut Fresh Ich würde jetzt fast sagen, es ist noch warm aber ich glaube, er ist noch nicht geronnen Da ist ein totes Schwein Na gut, im Krieg ist es ja leider immer häufig so Alles was an Nahrung möglich ist wird getötet Felder werden entweder geerntet schnell oder gerodet und das sieht nicht gut aus Ist noch ein Wagen Einfach so herrenlos steht Hier ist einer umgekippt Hier ist einer umgekippt Ja Kleine Sekunde, ich muss mir die Nase Das ist Fatherskart Ich mag die Boltons nicht Und ich hasse Ramsay Bolton Abgrundtiv Und damit stimmt das nächste Schwein Aber gut Nachdem nachdem gedacht wurde, die Starks sind weg haben die Boltons den Winter äh, nicht im Winter den Norden gekrallt Vater Gehört zu unserem Vater der Versuche bist Nicht alle Starks Wenn du wüsstest Wenn du wüsstest Wir lügen einfach mal Ah Ah Ich hab den zwei Händer Das sind zwei Händer Ich hab den Voll die Zeit nicht schlimm, Ramp, der ist schlimmer. Unser Vater ist am sterben. Thorst Forrester. Komm, fick dich. F**k, du. Ja, wir sind leider kein Schwertkämpfer, das ist einfach so. Und zwei Hände, das ist richtig schwer. Aber ganz ehrlich, was sollen wir machen? Pathetisch. Hilfe? Wir nehmen die Mistkabel. Ich behaupte einfach mal, wir sind damit bewandert worden. Wir sind Pick Farmer. Wir wissen nicht mehr, wie die Mistkabel umgeht. Warum nimmst du die Waffe aus der Hand? Du kannst es doch wieder rausziehen. So. Nee, nee, nee. Ja, das ist nicht ganz hoch. Ach, halt die Klappe Stier. Ich begle mich, ich habe eine Familie. Die Waffe hat sich ohne mich überlebt. Ich habe keine Klappe mit dir. Ich bin nur in Ordnung. Nein, es ist nicht in Ordnung. Ich bin nur in Ordnung. Sorry, ich kann es nicht. Lord Whitehill will see you hang for this. That much I promise. Oh, töte ihn doch. Oder das ihn töten soll. Und nicht den anderen, ey. Aber wir müssen zu unserem Lord. Die Boltons sind Bastarde. Einer mehr als der andere. Und ich weiß jetzt schon, ich werde wahrscheinlich gegen Ende irgendwelche Entscheidungen bereuen. Und das war's. Familie tot, Schwester tot, Vater tot, Schwester tot. I'll kill the men who did this. Natürlich, der erste Gang ging nach Hause. Der Eiragrath, Stronghold of House Forrester. Schleppen uns mit dem verletzten Bein zur Festung unseres Lords, um das zu übermitteln, was er uns aufgetragen hat. Es ist Garret. Schau den Kastellin. Sag ihm, dass sein Nefes überlebt hat. Der Nefes, ja, aber die wissen nicht von je von ihm. Er hat es aber geschafft. Garret! Vom Trident mit den Zwillingen. Es war zu lang. Sie waren bereits tot. Bring den Meister. Wir treffen uns in der Großbritannien. Richtig. Alles nur um diesen Auftrag zu erfüllen, der uns gegeben wurde. Und ein Bolton. Sie hat meine Familie. Und für was? Meine Freundin, sie... Sie war nur acht Jahre alt. Die Meister sind im Prinzip sowas wie Ärzte, Hebamme, alles mögliche Weise, muss man fast sagen. Ihr habt das große Hals, das ein. Ich kann nicht sagen, dass ich etwas anders hätte, als Sie. Aber die Wighthilds nicht so sehen, wie sie. Sie hat mich verletzt. Ich hatte keine Wahl, aber mich zu retten. myself of course and we can't let the white elves just walk all over us these maggots ought to help prevent infection hold the wound open for me would you the lord of the house and the eldest son through such a despicable act of treachery and betrayal greater houses than ours have fallen in time such as this the late Lord Forrester was a good man and poor Roderick a serious man but he would have made a good lord our house will never fall by the gods let's hope you're right the future of this house is in Lord Ethan's hands now although he is young and altogether unprepared to lead right this might hurt a bit hold this for me will you I understand from your uncle that Lord Forrest to save your life he did rather odd though that he chose to save you his squire and not his son Roderick not that Roderick couldn't handle himself he was as good with a sword as any man I've seen it's unfortunate the citadel doesn't train maesters in the art of warcraft he gave me a message to deliver a message about what what did he tell you it's a north grove he said the north grove could never be lost the north grove interesting perhaps it's more than just a myth lady forrester will be here any moment now I'd like you to walk for me first to see if you can put any weight on that lake go on don't stop now it's better to let the blood circulate just like damit wir halt besser entgegentreten können sagen wir es mal so Lord share wir können es umgucken oh gott wir haben endlich mal so ein bisschen Zeit zum gucken es ist natürlich ein sehr sehr düsteres setting aber ja so ist es Game of Thrones es ist halt nicht alles eitel sonnenschein ich muss gestehen ich bin damit ich habe ich glaube ich habe nicht nur die Serie gesehen sondern auch die Bücher gelesen und ich habe dieses Zusatzbuch Westeros auch also diese ganze Geschichte um Game of Thrones einzelnen Städte und Personen und hier ist die Family Asher exiled to Essos unfortunately der ist halt auf den anderen Kontinent gegangen Talia und Ethan ich glaube Lord Ethan jetzt das genau das ist halt der neue Lord weil er der Vater ja tot ist Mera still in Kingslanden I suppose also I wonder if they'll bring her home sagen sie ist Mera is Shama in Kingslanding Lady Forrester she's always been kind to me treated me like I was a Forrester myself Ryan never easy being a fourth born son ja Lord Forrester it was an honor to squire for him Gregor the good Roderick he was our best warrior by far ja hmm you seem to be favoring it always sad to see a warrior loser leg I'm fine Maestro Ortengren look I'll show you hier runter hier runter lass mich hier runter ach hier ja die Familie Forrester jedes Haus hat seine ja sagen wir mal so hat seine Geschichte logischerweise hat sein Banner was war hier erstmal look ja als Meester brauchst du einen guten Magen wie gesagt Medizingeschichte oh erstmal einstecken ok schöne Textur ah cool jetzt haben wir ok im Winter packen wir dies auch eher eher sehr süß äh 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 erst mal look at Wie gesagt, die Mäster sind halt... Wie gesagt, Mäster sind sowas wie, also die Sorgen dafür, dass die Kinder lesen lernen, dass sie erwachsen werden, ein bisschen die Erziehung, sind medizinisch begabt, also sie machen wirklich alles, was Wissen, Medizin und all sowas angeht. Warum sagen die Whitehills? Warum lieben die Whitehills die Forrester? Ich denke, es ist sicher, dass das Gefühl mutuell ist. Es gab Enmitte zwischen den beiden Häusern für so lange, wie jeder sich erinnern kann. Ich glaube nicht, dass jemand jemand jemanden töten, das mehr Kötzungen von jemandem, und dann, naja, hier sind wir. Also, so wie Düsseldorf und Köln, nur schlimmer. Hm, was wird mir jetzt passieren? Exzellente Frage. Danke. Under normal circumstances, you could join Sir Roiland and his men. Although, given the circumstances of your... circumstances, it becomes a bit tricky, doesn't it? I suppose it will be for Lord Ethan to decide. Lord Forrester promoted me. At the Twins, I... I'm no longer a squire, if that matters. It might, I suppose. But I'll defer to Lord Ethan on this. Ah. The Whitehills want Forrester Ironwood. Ah, they'd take it all if we'd let them. Especially now, with the Boltons in power. And proceed to clear-cut every last inch of it, until there's nothing left. Just as they've done before. Never mind. I'll admit. Feeling all right? Can I see Ethan? Can I see Ethan? Is he here? He is. But I'm afraid he's indisposed at the moment. He prefers not to be disturbed while practicing his lute. Sorry. Can I go now? I believe your leg will be fine. Only time will tell, but... Lady Forrester. Welcome home, Garrod. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrod, I heard what happened. Is it true? Your family... Sie kann's gerade am besten verstehen. Ihr Vater ist ja auch gestorben. Me too. Aber das war halt der Krieg der fünf Könige. Off to bed now. Hurry on. There are a lot of families. Garrod was just telling me how valiantly Lord Forrester fought to the end. Even when all was lost. I'm sure Lady Forrester would like to know. Whatever you can recall. Saved my life, my lady. Yet not Roderick's. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion. But if you can remember anything, I'm sure Lady Forrester would like to know. He... He fought valiantly, my lady. Of course he did. He was House Forrester's best. Okay, Cybri, die sagen sollen. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told, I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? He mentioned something about the North Grove. The North Grove? What of it? He said, the North Grove must never be lost. I see. You have the Forrester's sword? Ethan should have it, now that he is Lord. Lord Forrester asked me to return it to the house. He said this is where it belongs. With his family. Thank you, Garrett. Of course, my lady. It demands a response. It's too dangerous. Especially now. Now is the time to prove our strength. I'll be sure it's given to Ethan. Against aggression. Duncan, this was our land. They were our people. Your family. I share your outrage, Sir Roiland. I do. But now is not the time to provoke the White Hills. Not with Ramsey Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsey Snow, the bastard. Garrett, you understand what this means? You killed a Bolton and Ramsey Snow will want his retribution. And she can't believe it's Ramsey. We're the ones that should be demanding retribution. This happened on Forrester land. Ramsey Snow is coming here. Aye. He'll arrive within the week. Those men will say they were keeping the peace in the name of House Bolton. And what would you have us do? Nothing. I would have us use our heads while they're still attached to our shoulders. So it's kind of killed in the middle of House Bolton. It's not as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You asked too much of the boy. He deserves to be heard. My uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. So, what's to be done? That's un... Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide.